Ich hab mich jetzt quasi selber auf dem zweiten Monitor erstellt, ne? Das ist doch auch schön. Da geht einmal was. Warum steht da der Daylight? Stimmt doch gar nicht, oder? Ah, das ist auch stimmt. Wocheneinstream, der bei Daylight. Das ist aber blöd, der Wocheneinstream. Das ist falsch. Nein, das ist direkt falsch. Wollen wir mal schauen. Irgendwie kann es ja nicht ausbrechen. Das ist vielleicht kein Tags-Stream. Der Feiertag ist schlimm. Immer noch. Nein, das ist auch nicht. Merkst du schon, du bist da groben. Kannst du das wieder nicht, oder was? Nein, bitte, jetzt bin ich für sowas. Wenn du aufpasst, achten wir mal zu. Das muss schon immer, ja. Immer noch, aber wenigstens ist das richtige Ding da. Teuer? Dann springen wir nicht. Da ist halt fast wahnsinnig. Das wird nicht teuer, geh. Geh mal noch. Heiler, lupf einmal. Ja, geh mal drüber. Blau oder grüß? Ja, komm runter. Grüß, blau. Alles klar. Ich bin draußen, komm, dann los. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich gesprungen bin. Ich vermute, aber ich sehe nichts. So, jetzt. Ja. Da ist das größte Direkt vergessen schon wieder bei mir. So. Von Grafik, geh. Ähm, da ist noch was gewartet. Da. Wir müssen uns sofort ausrüsten und gleich die Bombe wieder polzen. Seid ihr jetzt eigentlich hingekupft? Ja, hab ja gesagt. Ich kriegiert jetzt langsam erst wieder, äh. Überhaupt dann. Äh. Mehr als nur... So, warte mal. Ich muss mal meinen Raum beruhigen, weil sonst... So. Geht ihr das Spiel jetzt bei mir ab? So. Ja, ich muss jetzt warten, bis ich wieder... Äh. Bis überhaupt was geht bei mir. So. Jetzt ist es. Okay, langsam wird's. Ich lauf jetzt Richtung... Alex. Ja. Äh, rußt mich jetzt zuerst mal aus. Nie beobachtet euch, wenn wir ihn. Wer kommt da? Ich hab schon mal einen. Ah, nicht gestirbt. Na, gar nicht. Aber lass euch Zeit, geh. Ich halt da die Stellung. Ja, ist okay. Das hab ich das letzte Mal gesehen, wenn du allein warst. Ich hab grad schon einen gekillt. Dann merkst du auch. Wenn du anziehen bleibst... Von rechts kommt gleich was... Also... ... grad aus. Oh, jetzt müsste von dir das aus sein. Oh, da sind ja immer noch magische Konturen. Texturen. Konturen. Von Norden ausgelockt? Ah, fuck. Und jetzt dockt mich nur einer von denen aus. War klar. Ja, und ich komm nicht hin. Also, vielleicht scharf ich's, aber... Ich darf einen Dritt bei mir umeinander. Ja, ich weiß schon, aber... Ich hab halt... Ich hab halt... Oh... Ja, jetzt. Links neben dir. Also, du hast nichts gekillt. Links unten rechts neben dir. Wirklich schon, ja. Hinter dir kommt auch noch einer. Ha! Na, wohin hinter dir. Erst einmal über denen du wirst. Na, jetzt war der mir. Warte, mach den mal fertig, genau. Schön. Ja, ich bin ein bisschen weggegläufe. Das wird schon passt. Na, komm hier. Warte. Er kommt, äh... Anderer Seite auch. Hinter dir, hinter dir. Na, jetzt muss ich ja auch mal den vor mir erwischen. Ja. Ah, scheiße. Wunderschön. Wunderschön. Aber da ist noch einer unterwegs, glaube ich, oder? Ich hab grad zwei erledigt. Der soll eigentlich erledigt sein. Ja. Da muss es gewinnen sein, oder? Meine Fresse. Du, ich hab's ja auch. Schönes Ding. Erst einmal alles looten da. Looten und labeln. Und jetzt ein bisschen Heilung. Ja. Ich hab halt echt gar nichts gehabt. Das war jetzt natürlich wieder so typischer Spring-Abi. Geht nix. Ganz, ganz toll. So, wollen wir mal... Wollen wir mal das Chicken den abräumen, oder? Ja. Viel Erfolg. Hab ich gestern quasi in ähnlicher Konstellation gehabt. Ich hab' den Loot des Todes am Anfang. Wieso hast dich eigentlich schon niedergelegt, Alex? Ähm, weil du mich einfach nicht aufheilen willst. Was? Leid um dich nicht immer. Mach schon irgendwie so ein Tobi-Move, muss ich sagen. Guck. 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 Ganz so schlimm ist selber nicht. So, warum bin ich überhaupt hin? Wenn wir mal nach Norden geh. Habt ihr die Heiser schon fährt? Nein, habts ja nicht durchsucht, gell. Geh halt dazu gekommen. Und die wirklich, ja? Ja, ich weiß nicht, wo die anderen Schöberin drin war. Aber sonst ist nix runtergekommen da in die Ecken, oder? Nein, ich glaub, das war der einzige Squad. Ja, wir kommen gerade mal. Baben ist sicher. Ja. 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 Ja, ja. Daher ist es gut. Daher ist es gut. Daher ist es gut. Ja, ich habe einen Rumpier mit dem Pucinkin, oder? Ja. Ich muss schon dabei sein. Was wird schon schief gehen? Eben. Genki, da wird schon keiner sein. Ja. 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 Das war jetzt zu Hause. Wir werden doch wieder nichts Nein, wir werden nicht Das war's für heute. woche es wird irgendwo einige positionieren jetzt muss ich dir ein paar Schinkie vorgehen da du eine hier oben bin mit dem Durchdreiter sind Beste Taktik so, jetzt wenn ich einen Korn an den Busch hiebeetle, dann habe ich schon mal die Position das stimmt ja, schon die blüge Mit Recht. Na ja, wir haben hier über die Red Zone abwarten. So, der Lef. Da war's Riff. ich mag es eigentlich wenn es ruhig ist lustig aber ich würde immer gerne toby grüßen drei zuschauer geht was jetzt ja du darfst fernil verkacken ja du hast publikum jetzt wenn jetzt noch einer fünf euro spendet und dann macht es der martin und nackig halt ja das problem ist ja mit den spenden link und nix nirgends von daher ja ja verkaufen martins körper auf switch werden wir dafür gebannt ich weiß es nicht da hat man die waffe dabei da ist nämlich die erfahrt ja koko deodorium's auskinkt ich glaube du schirst im 4 16 und klappt wird austauscht 80 euro 80 euro kristin Ja, du bist der liebende T-Shuff. Oh, der ist ja immer noch zu bezweifeln. Easy going. Oh, wenn du das schuckst. Läuft. Ja, du bist der liebende T-Shuff. Ja, du bist der liebende T-Shuff. Oh, das ist jetzt hier mit Action. Das erschreckt mich nicht so. Irgendwas muss... Ja, genau. Einfach mal. Einig ripsen. Zapp. Und mittlerweile schon sechs Zuschauer. Geht was? Was ist los jetzt? Da ist auf jeden Fall einer dabei, den wir nicht kennen. Grüße gehen raus. Ja, genau. Anzeige ist raus. Und das Problem ist, dass Franz und ich dort sind, ist es nicht, weil wir schlecht sind, sondern einfach, weil wir einen Heldentod gestorben sind. Was, was das tut, ist ein Heldentod? Ja. Kanon-Futter-Wort, sonst soll er abgehen. Es ist ja... Nein, es ist ja so... Wir wollten dir einfach bloß eine Bühne geben. Damit du... Ich meine, du bist jetzt erst immer im Studio mit dabei, damit du einfach mal gleich zeigen kannst, was du kannst. Ja, ich mach keine Grüße mehr, weil jetzt hast du noch drei Zuschauer. Hahaha. Oh scheiße, die hab ich gesehen. Hahaha. Hahaha. Geh mir lieber. Hau ab. Hahaha. Zwei. Es werden nur immer weniger. Also du schaust auch zu, oder? Nein, ich bin nicht drin. Franz? Äh, ich hopp grad, aber bin wieder raus. Also cool echt sein, dass wir jetzt drin sind. Also man, das kann jetzt nur noch Werner und Isa irgendwie nicht. So, was ist das da los? So, was ist das da los? Wenn man es halt wüsst hat, gell? Irgendwo Richtung Norden oder was, oder? Ja, ja. Das ist ja vor... Irgendwo. Ich hab bloß wieder Klaus. Auf freie Sicht. Ja, bloß die Distanz ist ein bisschen hoch. Wo geht's denn hier? Ja, genau. Richtung Gäbe-Vokierung, na. Toll. Da hinten vor. Ist der Link irgendwo? Genau, da ist es vorne mit der Zeit gerade so. Äh, es war... Urk. Ja. Wutz. Wutz, Wutz, Wutz. 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 Das Problem, wenn einen jetzt dazwischen Schuil und den Hals entlangschleicht, dann geht's gleich auf die Fresse. Diese Kümmer. Na. Verträgliches Gebiet. Mhm. Das ist schulig. Das war gar nicht scheußen. Der Verkehr beruhigt auch noch. Mhäh. Der kannst ja mit dem Bus mitfahren genau. Mhm. Ich glaub da rechts in dem roten Haus wird da so ein Fenster freigeschossen Was siehst denn du das? Da wett ich 80 Euro drauf Dann ist auch immer gut hier Wär gleich unlustig Ja jetzt kommt gleich Endgame Oh da Hm? Was ist das da? Irgendwas ist doch da gerade Hä? Nein, ich wollte da gerade den Rauchwald hinaufgehen Aber da passt schon Da ist 6 Da hinten bei die 3 Häuser geht's rund 4 Da hatte ich Na ja, freulich Da rausziehen ich da, gell? Feig Hinter Baum stehen und hinter den Stor stehen und warten Ja jetzt hat er Oh, Meister Wartenhaus Mhm Gute Dach Ja Oh Süffenweil Aber gleich so Oh, der hat was fetzt Ich bin friedlich. Nein, nein, der ist beim Torben direkt. Ja, der war noch weiter hinten sogar, oder? Zack, fort. Nein, das ist keine Chance, da war er bei der Vierrundung. Ja, ich glaube, dass da jetzt der ist von rechts von dir gekommen, oder so. Der lebt der Finalschuss. Zwei Kills. Das ist alles gut, alles gut. Ich habe zumindest ein bisschen Lochvogel spielen können. Das ist auch nicht so schlecht. Das ist alles gut.